Wenn etwas zu sehr wächst, ja, dann muss ich schrumpfen. Und das geht nicht ohne Verluste. Das tut bestimmten Gruppen weh. Allen wohl und keinem weh, das funktioniert hier nicht. Sie wollen den Geldhäusern nicht wirklich wehtun. In Deutschland akzeptiert man nicht, dass eben einige Geldhäuser verschwinden müssen, so wie man das teilweise in den USA gemacht hat. Man macht sich mit den Geldhäusern gemein, weil man ja in der heutigen Finanzierungsform jeden Tag ein Rollover von ungefähr 1 bis 2 Milliarden hat. Und dann beißt man ja nicht die Hand, die einen letztlich füttert. Also das heißt, im offiziellen Politdarstellungsbereich, glaube ich, ist wenig zu erwarten. Man müsste von den zivilgesellschaftlichen Gruppen hier einiges erhoffen. Das sind die einzigen. Und deswegen habe ich ja, bekenne mich dazu, bei Occupy mitgemacht. Habe da zwar im kalten Winter nicht in den Zelten ausgeharrt, fand aber, dass viele Überlegungen, die dort formuliert wurden, richtig waren. Und es gibt sehr viele zivilgesellschaftliche Gruppen, ob das nun Attac ist oder ob das gemeinwohlökonomische Gruppen sind. Auch die Ethikbanken beispielsweise und Umweltbanken würde ich hier zuzählen. Und die nächste Krise kommt bestimmt, wenn es so weitergeht. Durchfinanzieren können wir es nicht mehr, weil wir eben auf 100 Prozent Staatsverschuldung zustreben. Und dann muss irgendwas anderes kommen. Eine Enttäuschung betrifft natürlich den Wissenschaftssektor. Weil sehr viele Wissenschaftler haben große Freiheiten. Sie lassen sich aber zum Beispiel von Berlin vorgeben, in welche Richtung sie forschen. Und wie sie kleine marginale Reformvorschläge machen. Und meiner Meinung nach müsste man da ganz anders vorgehen. Wenn man sagt, zur Verhinderung der Kernschmelze mussten wir im Grunde marktwirtschaftsfeindliche Maßnahmen unternehmen. Wir haben die Megabanken gerettet, wir haben Pensionsfonds rausgehauen und, und, und. Durch diese im Grunde ja Subventionierung und implizite Staatsgarantie. Auch durch den Dragiput, der ja sozusagen einen gottähnlichen Schutzschirm über die ganze Finanzwelt drüber stülpt. Ja, wenn das also stimmt, dass, weil die Gefahr der Kernschmelze bestand, dass man das deswegen gemacht hat, dann müsste man die Megabanken, die ja als potenzielle Verursacher dann einer Kernschmelze genannt werden, dann müsste man die Megabanken zerschlagen. Das tut man aber nicht. Man gibt ihnen über die Bankenunion sogar eine Art Bestandsgarantie. Und da hilft auch nicht 2,5 Prozent mehr Eigenkapitalhinterlegung bei Basel III. Das ist im Grunde eine Farce vom Volumen her gesehen, ja. Wenn man sagt, Interconnectedness ist zu hoch zwischen den einzelnen Bereichen, siehe Lehman, und dann geht das durch, ja. Da muss man die Interconnectedness, also die Verbundenheit der Geldtreuser reduzieren. Da müsste man zum Beispiel ein Trennbankensystem einführen. Herr Barnier hat uns aber klar gemacht, dass nicht mal die runtergekochte Version der Likanen-Kommission gemacht wird, sondern ganz, ganz, ein ganz kleiner Teil des Eigenhandels eventuell bei einigen wenigen großen Geldhäusern Europas eingeschränkt werden. Das ist eine Farce. Megabanken, Fehlanzeige. Interconnectedness, Fehlanzeige. Komplexität der Produkte, Fehlanzeige. Man müsste sich zunächst mal fragen, was ist das Grundproblem und ist es überhaupt möglich, aus der Krise herauszuwachsen. Und das glaube ich nicht. Es gibt ja die schönen Schaubilder von Herrn Miegel, der aufzeigt, dass wir es jetzt nicht nur mit einem kurzfristigen Problem im Wachstumsbereich zu tun haben, sondern dass das säkular langfristiger Trend ist, dass wir über ein maximal zwei Prozent Wachstum nicht hinauskommen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das Grundproblem, was wir hier nicht nur in der Eurozone, sondern im Grunde weltweit haben. Das betrifft die Amerikaner, das betrifft die Briten, das betrifft die Japaner und, und, und. Und das ist die Verschuldung. Wir haben schlicht und einfach eine viel zu hohe Gesamtverschuldung und das ist nicht nur die Staatsverschuldung, sondern das sind in einigen Ländern primär die privaten Haushalte, in anderen sind es die Unternehmen und in wieder anderen sind es die Geldhäuser. Und das können wir nicht mit schönen Worten und halbherzigen Reformen beheben. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Erstens Schuldenschnitte und zweitens, um es drastisch auszudrücken, Reichensteuern. Wir müssen schlicht und einfach die Geldvermögensbesitzer dazu zwingen, die Schulden zu übernehmen. Anders geht es nicht.